Willkommen zu Cologne, Willkommen zu Gamescom! Und erstens, woher kommen Sie? Wir sind von Polen. Ein wunderschöner Tag, mit welcher Figur spreche ich jetzt hier? Ich bin Kitty Cat Catarina von League of Legends. Also, wir sind aus einem Videospiel, genannten Borderlands. Und ich bin Mad Moxie. Und ich bin Handsome Jack. Was ist so geil am Cosplay für dich? Einfach in eine andere Rolle zu schlüpfen. Einfach den Charakter, den ich so liebe aus meinem Spiel, den ich zum Beispiel am meisten spiele, einfach zu verkörpern, einfach alles daraus zu bauen und dann selber so rumzulaufen. Man fühlt sich einfach total anders, wenn man das Kostüm dann anhat und dann wirklich so rumläuft. Conventions sind cool, man lernt wirklich viele coole Leute kennen. Es ist nicht nur das Verkleiden, es ist auch der ganze Herstellungsprozess und das Kreative daran arbeiten. Wer bist du? Ich bin Jaina Proudmoore von World of Warcraft. Ich bin Wonder Woman von Injustice. Scorpion aus Mortal Kombat. Was war für dich das schönste Erlebnis bis jetzt? Bis jetzt. Also ich bin ja erst seit heute hier. Ich habe beim Cosplay Catwalk mitgemacht. Es war super toll, da über die Bühne zu laufen. Und dann die Leute haben einen Zug geguckt und zugejubelt, wie man darüber läuft. Dann, klar, ich bin schon ein bisschen durch Hallen gelaufen, habe mir schon ein bisschen was angeguckt. Und das ganze positive Feedback von den Leuten hier. Also wir waren gestern in Assassin's Creed unterwegs, also in Assassin's Creed Montour. Und eine geile Sache war, dass wir dann praktisch angesprochen wurden und bei Ubisoft durch den Hintereingang auch mal gehen durften und da mal zocken konnten und uns nicht anstellen brauchten. So eine Sache. Und auch natürlich Fotografen, die teilweise sehr, sehr gutes Equipment haben. Und man sieht dann diese Fotos und denkt sich, wow, das bin ich gar nicht. Aber du präsentierst das so wahnsinnig gut. Das sind so Sachen, die ich wirklich liebe. Also, first of all, this is just the biggest game and I think also the cosplay event where we could go in Europe. So we decided to go here because it's also our vacation. And I'm happy because I can meet here many cosplay friends and just see their cosplays and yes. Dann würde ich dich bitten, für deine Figur so eine typische Haltung einmal in die Kamera zu machen. This is so funny, I'm touched.